Hm? Okay, Nicola. Sie ist gebläht. Das ist der ultimative Conny-Metley. Wir befinden uns ganz oben, wo die Luft dünn ist. Und wenn jemand mich nach einer Orange fragt, zeig ich... Nein, danke. Nee, ist schon schlecht. Ich hab auch schon wegen mir wieder gekotzt. Aber auch schon wegen Schlimmerem nicht. Das ist wohl schade. Das kannst du aber wissen. Das brauchst du nicht. Ja, für das wird das Merci. Nein. No bravo. Prophytias. Um ihn abzusehen. Mensch, Junge. Wo ist das? Sagst du? Die Kaudi. Der Klausi. Klapsfrau. Quatsch. Quatsch. Uijuiuiuiuiuiuiuiuiui. Ich geh heute ins Concerto. Da ist bestimmt ein heißer Boy drin. Oder ein heißer Mau. Oh, back mein Zahn. Nein, guten Nacht, um Fünfer. Hua, siehst du mal wieder, wie beliebt ich bin. Und morgen gehe ich auch in die Gottesdienst-Wahn. Ja, wem sagst du das? Alles Nullhoden und lauter Pipapo. Ich sag nur, check it out. Und was wird gedehne? Spätsam. Das ist doch ne Bomben-Story. Love, Peace und ich. Geil. Schöne Scheiß-Maritere. Nur noch Platz für das Gate und das Papermobil. Danke, Conny. Für ein fettes, fettes Merci. Fettes, fettes Merci für das Bomben-Material. Ohne Witz. Ehrlich war man. Ehrlich war man. Ehrlich war man. Ehrlich. Ehrlich. the ans